Und es wird dunkel. Na gut, wir müssen ein bisschen laufen, deswegen renne ich mal nicht mehr. Au! Knöchel verstaubt. Auf jeden Fall haben wir auch noch. So. Jetzt nicht mehr. Lauf! Selbstmordschwein hängt immer noch da unten. Das kann sich noch nicht entscheiden, ob sie springen will oder nicht. Aha. Ist wieder was gewachsen. Ja, nee. Es ist doch... Na gut, noch nicht, aber fast da, der Mond. Ich sehe ihn. Ich sehe doch den Mond. Na. Wie ich doch gemeint habe. Sind wir früher aufgestanden, als der Mond verschwinden konnte. Aha. Was ist das? Zucchini! Die geht aber noch nicht kaputt. Na gut. Na, kein Platz. Muss ich erst mal ein bisschen ausleeren. Oh Gott, oh Gott. Tatsächlich Kupfer haben wir auch gefunden. Das Eisen packe ich mal gleich hier rein. Die Kugel auch. Ah, ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Erde reinpacken. Aber das ist ja kein Platz mehr. Jetzt war alles wieder ein bisschen durcheinander, aber egal. Das ist interessant, das wächst trotzdem, obwohl der Gras jetzt ist, wo ich darauf gehüpft bin. Na gut. Alles geerntet. Nochmal weglegen. Noch mehr Kaffee. Gott, wie viel Kaffee. Da können wir ja Kaffee trinken, bis wir von Herzkasper sterben. Insel, ich komme. Dass ich das so sehe. Da müssen wir dann ausgleichen. Da kriegen wir aber noch genug Erde. Ich könnte... Ja, ich werde den hier noch wegnehmen. Oh, ich hätte gleich eine neue Schaufel machen können, ich Idiot. Und gleich wieder zurücklaufen. Mano. Ich weiß nicht, wie viel Grünzeuger drauf ist. Na gut, machen wir es noch kaputt. Aha. Und dann... Ne, hier. Mach ich hier schon mal was rein. Das ein bisschen. Besser aussieht. Jetzt werden wir nachher eh noch alles ein bisschen noch mehr... Vergrößern müssen, aber... Da müssen wir schon mal eine ungefähre Vorstellung. Wir müssen es gleich sehen. Äh, wieder kommen. Ja, erlaubt. Na, kommt ein neues Lied, oder? Doch nicht. Yay. Wir sind zu Hause. Genau. Wo ist jetzt das Eisen? Hier. Die Zeine kann ich da reinpacken, das Platz. Das kommt noch weg. Noch mal eins, zwei, drei. Reicht vorerst. Wir werden bestimmt noch mehr brauchen, aber... Bis dahin ist eh wieder Nacht. Dann sind wir ja, wie weit wir kommen. Na? Hm. Muss ich doch mal gucken. Ah, das Lied hat am Ende zu viel Freirung. Stille. Deswegen kam noch nix. Ja, ja. Hallo, Schweinchen. Brottelt hier direkt den Boden weg. Es fliegt. Spiderschwein. Spiderschwein. Oh. Ja, 64er Grafiken sind schon viel, viel besser als diese. Ich bin nicht so ein Fail von den 60ern, das ist alles zu verpixelt, finde ich. Ich finde die 64er sind eigentlich optimal. Was bist du? Grafelt bestimmt. Jo. Sehr schön. Hauen wir mal die Steine weg. Zwei blaue. Ah. Idiot. Ich brüttel mich da drüber runter nachher. Ist da irgend so ein Loch und man... fliegt fünf Kilometer tief oder so. Wobei auch das jetzt reicht nicht. Hier unten ist ja nix. Es ist unendlich nach unten. Es stirbt einfach. Da rein. Weiter. Wie ich das nachher natürlich aussehen lassen, weiß ich jetzt noch nicht, aber... eins nach dem anderen, erst kommt das Haus dann da hin. Der Stein hat irgendwie was für dich. Alles war ein bisschen comic-haftiger, aber nicht zu übertrieben. Die Musik wieder voll dramatisch hier beim langweiligen Abbauen. Das reizt mich jetzt. Ich will jetzt wissen, was den blauen Punkt ist. Das ist bestimmt zu quitts. Schwert nehmen. Wo komme ich denn jetzt zu euch hin, da? Wo seid ihr denn? Sag mal. Oh, Breath of Fire 3. Da oben drauf? Was ist... Nein! Nein! Oh, ich hab den nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Naja, das ist eine kostenlose Erde. Ah, diese Licht wachsen etwa aber auch ein bisschen. Da können wir Knochen finden. Aber wie kommen wir jetzt... Ach, die blauen Punkte sind doch weg, glaub ich. Kann ja auch rein- und rauszoomen hier. Hm. Oder ihr seid Fledermäuse, okay. Aber die zu töten bringt ja nix. Gehen wir mal lieber wieder zurück. Da oben können wir was... Nein! Wo ist er? Ach, Gott. Wo kommt der hier von oben runtergefallen? Sag mal. Naja. Piep, piep. Schnell weiterarbeiten. Vor allem hier die nächsten auf den Kopf fallen. Boah. Sag mal. Das tat weh. Okay. Bestimmt wieder Kupfer oder sowas. Kein Plan, was man da machen soll. Werkzeuge kann man daraus, glaub ich, nicht bauen. Nochmal Burs of Fire. Spielt ihr das jetzt alles in einer Reihe ab? Ja. Warum? So. Shuffle angemacht. Sorry. Hier sieht man mal einen neuen Skin. Hallo. Oh, wird das dunkel. Mist. Mist. Und Hunger haben wir auch. So. Jetzt nicht mehr. Aber wir haben nur noch fünf Äpfel-Dinger. Apfel-Dinger, nicht Äpfel. Ach. Doch, Äpfel. Ihr wisst, was ich meine. Da ist schon wieder ein Squid drin. Also das wäre so meine Sorge, dass man keine Tintenfische findet, aber die tauchen ja in diesem Wasserbecken auf wie sonst was. Komm, ich erlöse dich. Ach, jetzt öff' ich da schon wieder rauf. Egal. Ich kann wissen, man... ...bestimmt ein Bug. Das kann doch nicht sein, dass da... Aha. Die konnte man jetzt auch ändern. Gut. Naja, drei Schaufeln haben wir. Das war also zweieinhalb. Das reicht noch. Ach, aus. Ach, schön. Schöner Ausblick. Also ich zumindest finde es schön. Ich denke, der Mod war eine gute Wahl. Was sehe ich da? Ach, nur Querville. Toll. Ich auch wieder hoch? Ja. Ja, ich weiß. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Bau ja schon weiter. Hallo Schweinchen. Da bin ich wieder. Hast du nicht noch einen Kumpel? Obwohl, wir werden eh keine Karotten finden. Leider gibt es in diesem Sky Island keine Dörfer. Und zwar ist es Sky Dimension. Das war die Eile bestimmt auch nicht. Das heißt, Villages und sowas werden wir hier nie haben. Das ist leider ein Problem. Und dadurch gibt es natürlich auch keine Kartoffeln mehr. Und keine... Keine, keine Karotten. Können wir die nicht vermehren? Ich denke, das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt sind da oben wieder die Dings. Hm. Ich mache mich immer so neugierig, wenn ich das da auf der Karte sehe. Ich mache mich immer so neugierig, wenn ich das da auf der Karte sehe. Alter. Okay, dann machen wir hier noch ne gerade Schneise. Nach da. Ach. Da. Ich denke, dann haben wir schon mal einiges am Platz geschaffen. Die Grundsteine können gelegt werden. Dann bleibt nachher nur noch die Frage, wie bunt machen wir dann das Haus? Aber färben geht ja noch nicht, solange wir kein Glas haben. Das braucht man ja nun mal leider. Hm. Ich denke mal, dann werden wir es erstmal normal hinsetzen. Und dann später kann man es ja immer noch umbauen. Verbessern. Was auch immer. Hallo. Oh, ich bin voll. Shit. Ein bisschen Erde weg. Die haben sich auch nicht aufhäbchen. Ähm. Wie sieht's aus? No. Da müssen wir noch einiges. Nehmen wir das Ganze hier noch weg. So. So. Na, das geht doch. Geht die Hacker auch gleich kaputt. Was geht sonst? Na, das da alles muss noch weg. Spät. Was ist denn da nicht da? Gar nicht. Muss ich untergehen. Hm. Naja, ein bisschen haben wir noch. So. Weiter geht's. Schweinchen flüchtet schon. Ich hab da schon wieder so vor, als wenn alles nacheinander abspielt. Na, warum? Ich hab da random aktiviert. Hm. Naja, ist jetzt auch egal. So lange halt als nacheinander abspielen. Nämlich ist das Programm, ey. Schweinchen. Wie zur Hölle. Warum? Warum läufst du da hinten rum und dann... Du bist du doof. Ja, ne? Bist du doof? Ja, ne? Ja. Ja. Ei, 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 ei. Oh, bald haben wir's geschafft. Na, neue Spitzhörer müssen wir uns dann bestimmt aufmachen. Na, komm ich nicht an. Ha, Steine können wir auch nicht mehr aufsammeln. Was? Kommt da noch irgendwelche Sonderdinger zum Vorschein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aha. Na gut, dann war's das jetzt. Laufen wir erstmal nach Hause. Mal einen Spitzhacken. Entleeren unser schönes Zeug. dirtin grill, das ist Mac� glory. Wie weit ist das Schalz? 뭐 nicht? Das was, was wir haben. Ja, also news ist das Schalz.